Ich sage Dankeschön, fünf Jahre Flutty, Burbs and more. Und dass ich heute wieder hier bin, das verdanke ich nur euch. Ich glaub es selber kaum, fünf Jahre Flutty, Burbs and more. Was wäre ich ohne meine Freunde, ohne euch, die lieben Fans? Moin Moin, ich bin's, euer Flutty. Gestern vor fünf Jahren habe ich mein erstes Video auf YouTube veröffentlicht. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es schon mittlerweile fünf Jahre her ist, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und das möchte ich feiern. Und zwar mit ein paar kräftigen Rülpsern. Und damit mir auch die kräftigen Rülpser gelingen, habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar von dieser Cola-Flasche hier. Mal schauen, wie viele kräftige Rülpser rauskommen werden. Mein allererstes Video auf YouTube war ein Rülps-Video. Und dieses Video wird größtenteils auch ein Rülps-Video werden. So, los geht's. Ganz schön kalt. Gleich müsste der erste kräftige Rülpser kommen. ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mir geht schon langsam die Luft aus. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh.